In diesem Quick-Tipp möchte ich dir zeigen, wie du Punkte spiegeln kannst. Wir starten mit einer Geraden. Diese Gerade trägt bei uns den Namen G. Diese Gerade G dient uns nun an Spiegelachse. Den hier eingezeichneten Punkt P wollen wir nun an dieser Spiegelachse spiegeln. Dazu benötigst du dein Geodreieck, legst das Geodreieck im rechten Winkel an die Spiegelachse G an und zeichnest nun eine Gerade, die normal auf die Spiegelachse G steht, genau durch den Punkt P. Vergiss nicht wirklich darauf zu achten, dass diese Hilfsgerade im rechten Winkel auf die Spiegelachse steht. Nun nimmst du dir deinen Zirkel, stichst in den Schnittpunkt zwischen Hilfsgerade und Spiegelachse ein und nimmst den Radius zum Punkt P in den Zirkel. Dann schlägst du diese Entfernung auf der zweiten Seite deiner Hilfsgeraden ab und schon hast du den Punkt P' konstruiert.